Mein Name ist Katarzyna Lesteńska, ich werde Sie durch den heutigen Abend führen. Diese Veranstaltung ist eine polnisch-schweizerische Initiative für die Ukrainer unter der Beteiligung der ukrainischen Dichterin Halida Petrosanyak. Das Musikprogramm haben Musiker aus Warschau und Basel vorbereitet. Musik Du musst nicht schrauben, es zu starrieren, sagen sie die Freunde, die die besten, die sie zu sehen. Du musst nicht schrauben, dass du sie nicht schrauben, sondern schrauben, die sie zu schrauben. Das ist nicht allgemein archaizm, sondern auch nicht allgemein, sagen die, von denen ich mich für eine Unterstützung wünschte. Просто, будь розумницею, lieblich, schmischigigig, dahl dir sich auf einen Schmacken. Und dann, wir so gemacht haben, auf deinem Ort. Du sollst dich nicht wehren, das ist überholt, sagen die Nachbarn zu ihr, jene, denen näherzukommen, sie sich bemühten. Du sollst nicht stöhnen und schon gar nicht heulen, während du blutest. Das ist ein unerhörter Archaismus, noch dazu unästhetisch, sagen die, von denen sie Hilfe erwartete. Sei gescheit, lass dich nett lächelnd in Stücke zerreißen und vergiss alles. Das würden wir tun, wären wir du, sicher, ganz sicher. Das ist ein unerhörter Archaismus, noch dazu unerhörter Archaismus. Ich möchte mich ganz herzlich bei unseren Musikern bedanken. Und auch bei ihnen, dass sie da sind, zuhören, mitdenken. Und jetzt bleibt uns nur zu hoffen, dass dieser Horror möglichst schnell zu älter ist. Musik Musik Applaus Musik 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 Musik